Ach schön, wir sind wieder bei uns im kleinen Shop. Ah, das freut mich. Ich mag das Spiel. Ich weiß nicht warum. Wir sind nur ganz am Anfang. Ich mag das Spiel. Wir haben Wache und so alles aufgefüllt. Wir öffnen erstmal, würde ich sagen. Wir brauchen Geld. Schulen haben wir erst bezahlt. Die Ziele hier, die kriegen wir schon noch. Immer mit der Ruhe, gemütlich, Zeit lassen, ohne Stress. Einfach das Spiel genießen. Spaß haben. Gut. Oh, den kaufen wir schön ein. Ja. Ebel? Haben wir überhaupt Ebel? Nein. Weg mit dir. Wir haben keine Ebel. Es kommt später noch eine größere Auswahl, Leute. Immer mit der Ruhe. Du willst jetzt. Ja, mit mir. Bitte. Neues Möbel, ja. Sehr schön. Noch mehr Hemden. Sicher doch. Jetzt anpflanzbar. Antischock. Ah, man kann auch selber Sachen anpflanzen. Sehr schön. Was hast du denn im Angebot? Wolle, Wolle, Wolle. Der hat nur Wolle billig. Oder heil Tränke. Wolle. Habe ich Wolle überhaupt auf Lager? Nein. Habe ich nicht. Gut. Dann würde ich sorgen. Was ist denn jetzt billiger? Minus 40 oder minus 50? Minus 40, ne? Ne, minus 50. Minus 50. Alles klar. Ui, sind nur 2, ja. Nennen wir erstmal die. Sehr schön. Wie viel geht. Wir können ja eh nicht viel kaufen. Aber immerhin etwas. Der Händler ist schön günstig. Den haben wir immer noch nicht. Mach einen Abflug, Mensch. Okay. Den soll ich ein bisschen im Blick behalten, der Händler. Der kommt ja einmal am Tag, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber man kann auch nur eine Sache kaufen. Jo, hier hinten. Sehr schön. Holz hat er auch gekauft. Wunderbar. Ja. Ah, jetzt habe ich keine Hemden mehr. Okay. Tschüss. Tut mir leid. Ist denn Oliver hat er noch was anderes gekauft? Wunderbar. Du, Nägel, haben wir genug. Kriegst du? Ja gut. Hat sich auch nicht gelohnt, ne? Ja komm, komm mal ein paar Kartoffkies, Mensch. Die werden wir überhaupt nicht los. Die gammeln uns hier noch weg. Also ich kaufe Nägel. Gut. Nägel sind auch schön. So, das war es mal wieder. Ja, wir müssen hier dringend den Laden vergrößern. Aber so bringt das nichts. Ich darf mich jetzt Ware nachkaufen. So, wir brauchen hier dringend auch mal Licht, würde ich sagen. So, ey. Dann mach mal zu den Laden hier. Laden? Ah. Ah, plus 50. Immerhin, immerhin. Oh, die haben wir noch drin. Die wurden gar nicht gekauft. Hier hatten wir Nägel. Ja gut, Nägel müssen wir gleich mal gucken. Holz haben wir noch. Das können wir da rin. Hier Hemden müssen wir auch gleich mal gucken. Kartoffkies haben wir hier noch. Naja, ja. Kauft ja nie jemand Kartoffkies. So, warte mal. Erstmal. Hemden, na, die gehen. Die sind, na ja, gut. Gut, wir haben zu viele Kartoffkies. Unser Lager ist zu klein. Nein, das ist das Problem. Ah, gut. Jetzt ist Lager voll. Das ist das Problem. Schauen wir zumindest mal wieder Hemden rein. Nägel geht gerade nicht. Habe ich ja noch irgendwas anderes, was wir nicht liegen haben? Ja, Wolle, ne? Schauen wir erstmal Wolle rein. Was anderes geht aktuell, ne? Will aber einmal kurz was gucken. Und zwar wegen Lagerplatz. Das war hier, ne? Na gut, können wir uns gerade nicht leisten. Das bringt zwölf Lagerplatz. Das ist 25. Und das teurer ist? Ah, nee. 12, okay. 15. 30. Gibt also verschiedene Sachen. Das bringt nur 5. Was bringt 10? So ist denn das teurer, wenn es weniger bringt? Aber wahrscheinlich, falls es auch Deko bringt, ne? Bringt, na gut, der bringt keine Deko, der auch nicht. Aber die bringt schon Deko, okay. Ich hätte ja schon die, ne? Aber das ist teuer. Warte mal. Da war einer mit 30, ne? Aber hier, 186 Münzen. Großer alter Lagerschrank. Dafür brauchen wir erstmal Platz. Gut, wir müssen erstmal Geld verdienen. Jetzt wird erstmal nichts gekauft. Außer wenn, glaube ich, der Händler kommen sollte. Wir müssen noch dran denken, wir müssen in drei Tagen, nee, vier Tagen schon wieder 65 Münzen Schulden bezahlen. Denken wir schon hin? Auf jeden Fall müssen wir den Laden definitiv zum Laufen bringen. So, Nägel haben wir, Leute, nicht mehr, ne? Nee, ich muss nicht abweisen. Ja, ich weiß, ich würde gerne Nägel anbieten. Geht aber aktuell, Leute, nicht. Ich glaube, Ziel des Spiels ist auch hauptsächlich, die Waren größtenteils selber herstellen. Und anbauen und so weiter und so fort. Um halt Geld zu machen, nee. Was bloß nicht so einfach ist. Man ist jetzt richtig mitgekriegt. Aber können wir draußen gar nichts hinstellen? Nur hier drin, ne? Haben wir auch nicht. Naja, jetzt haben wir jetzt mal Kartoffeln gekauft. Den Läuster. So, Holz hätte er billig. Jo, Holz. Na gut, aber Eisen ist auch billiger. Ja. Als im Laden. Das kostet sieben, die ich sie selbst herstellen würde, hätte ich preis von sechs. Würde gerne hier ein bisschen Eisen mitnehmen. Das Problem ist, es passt halt auch nicht viel rein. Zumindest zwei Eisen hätten wir schon mal. Da kann ich zumindest noch ein paar Nägel gleich herstellen. Ja, Nägel haben wir gerade nicht, Lady. Abflug. Ebbel. Haben wir auch nicht. Wir kaufen zumindest auch andere Sachen. Das ist ja schon mal was. Kartoffgieß haben wir. Kartoffgieß haben wir auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Naja, immerhin auch ein bisschen, ne? Ich glaube, ich muss wirklich erstmal den Laden erweitern, sonst passt das hier plotstechnische. Die haben wir auch. Ja, bringt zwar nicht viel Geld. Aber immerhin besser wollen sie nix. Oh, im Lager haben wir auch so gut wie kein Platz. Ich will noch mal Kartoffkis. Die kannst du gerne haben, mein Freund. Die kannst du sehr gerne haben. Naja, es gab zumindest ein bisschen Gewinn, ne? Das ist ja schon mal was. Oh, dringend Licht im Laden. Naja, okay. So, den machen wir zu. Die haben wir noch. Wunderbar. Naja, immerhin 22 Gewinn. Hier, laut Anzeige. Das Licht ist alles noch drin. Hemden haben wir auch noch. Das kann man also erstmal wieder rein. Kartoffkis haben wir aber auch noch. Sehr schön. So, den machen wir mal ganz gut. Schnell, die zu nägeln. Die zwei Bachen da. Wunderbar. Gut. Ich könnte zwar jetzt eine Erweiterung kaufen. Eins und ein Stück oder zwei. Aber lohnt sich das? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Immer ein bisschen mehr Geld schäfeln. Ja, hör auf. Gut, gut. Das kriegen wir schon hin. Weil wir müssen auch noch Schulden bezahlen. In drei Tagen schon. Und das 65 diesmal. Jetzt hole ich das eh. Erstmal Geld rein schäfeln. Bäusenbarren haben wir nicht hierher. Abflug. Ja, ich mag es gar nicht, Kunden wegschicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Was ist denn das? Artischocken. Da haben wir jetzt recht nicht. Du, die ich ja gerne anbauen, ne? Aber, muss ich mal gucken. Dafür brauche ich auch Platz. Aber wie gesagt, man kann draußen, glaube ich, nichts hinbauen. Nur im Laden. Da brauche ich erst mal Platz. Der gute Händler ist da. Uh. Uh. Kamille ist billig. Artischockensamen sind billig. Artischockensäbe auch. Kartoffelsamen. Das kann man wirklich alles selbst anbauen, ne? Nehme mal Artischockensamen. Die sind zwar teuer. Ich glaube, drei sollten erst mal reichen. Eisenbohren haben wir immer noch nicht. Aber Leute, kauft doch mal Sachen, die ich hab, Mensch. Jesus. Das sind Kunden, die die Welt nicht braucht. Äppel haben wir auch nicht. Tja, das mit dem Anbauen muss ich gleich mal googeln. Da brauchen wir bestimmt was ganz Bestimmtes für. Die haben ja noch gar nichts gekauft, die Herrschaft. Na doch, die haben wir Hemden. Na gut, die hat man ein bisschen gekauft. Willst du etwas? Wie viel wieder Eisen haben wir nicht. Wow. Einen zahlenden Kunden hatten wir heute. Einen. Das ist doch okay. Holen sind wir noch. Hemden haben wir auch noch. Wunderbar. Und hier haben wir die guten Kartoffkissen liegen. Immerhin plus 42, ne? Immerhin. So, jetzt finde ich mal kurz, weil es gut geht. Meinetwegen. Ist das hier? Nein. Das ist der Spiegel. Ich hab das doch Moini schon gesehen. Schon zum Anpflanzen. Das ist alles Deko hier, ne? Das ist alles ein Lagerplatz. Das sind die Werkbänke. Hier steht das aber auch nett. Wie genau baut man das Ganze denn an? Ich dachte, man kann vielleicht irgendwie Felder kaufen oder sowas. Gehöhe, die Anzahl der Dicke. Attraktivität im Freischaltmenü. Vielleicht wird das noch freigeschaltet oder so. Ich weiß es nicht. Vermutlich. Warte mal, wo waren die Skillpunkte? Die hatte ich irgendwo gesehen. Visualisierung. Landwirt. Oh, es gibt Spezialisierung. Landwirt, Materialverkäufer, Schneider, Schmied, Koch, Alchemist. Okay. Ah, das kann man also alles erhöhen. Aber das ist nicht das, was ich suche. Breichaldin. Okay, das sind die verschiedenen Regale. Haben wir überhaupt Fertigkeitspunkte? Beflügbar 0. Nein, haben wir nicht. Aber ich glaube, hier war das irgendwo, ne? Schneiderwerkbank, Erd, Alchemitisch, Küchengarten. Wir haben für den Anbau von Feldfrüchten genutzt. Ja, den bräuchten wir. Ist der groß. Großer Küchengarten. Pflanzkästen. Wir haben für den Anbau von Feldfrüchten genutzt. Großer Pflanzkasten und riesiger Pflanzkasten. Gut, wir brauchen erstmal Skillpunkte. Alles klar, aber das wollte ich wissen. Den werden wir erstmal wieder öffnen. Wir brauchen Geld. Nichts alles nix, vor allem, weil wir zwei Tage Schulden bezahlen müssen. Ah, Krieg, gehen wir schon hin. Ich freue mich schon halt darauf, wenn der Ladenheimer größer ist und richtig läuft und wir alles selber produzieren können und anbauen können. Also gut, da kommt der Zuhälter persönlich. Ja, haben wir nicht. Da rennt ich rum, wie so ein Zuhälter. Okay, lila Hose, lila Hut, alles klar. Aber wie weit ist er glücklich? Sehr schön. Hier, die kannst du da haben. Sehr schön. Anteischocken haben wir nicht. Tschüss. Boah, ist der gute Händler wieder? Kartoffelsamen. Ich kaufe jetzt erstmal keine, weil wir da so schnell eh nicht hinkommen. Anteischocken, Äbel, Krummelsamen. Wo soll ich mal ein paar Äbel mit, wa? Die sind gerade günstig, die können wir verkaufen. Ah, und die zwei, okay. B's auch als nix, ne? B's auch als nix. Ja, komm, ein paar Zoll, die Kunden könnte ich schon noch gebrauchen. Wir müssen Schulden bezahlen. Ah, guck mal, hier kannst du gleich die Äbel haben. Okay. Wir haben immer noch keine Arte schocken. Kommt, glaube ich, auch mal ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, ne? Nicht das hier so richtig sehr, oder ist das die Tageszeit? Bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Wohl, hier haben wir aber sicher, sicher, sehr schön. Gut, das war schon wieder mit dem Tag. Eigentlich haben wir noch alles auf dem Lager, wenn ich das richtig sehe. Jo, immerhin, plus 24. Ich denke mal, am nächsten Tag dürfen wir mal wieder bezahlen. Davon haben wir zumindest noch eine. Die werden auch relativ sehr gekauft, die lohnen sich ja nicht, ne? Wohle haben wir noch. Der Rest ist ja auch alles noch da. Sieh schön, für größer lohnt sich auch nicht. Denn es ist wohl gleich der nächste Tag. Wir brauchen Geld. Da, guck, da geht's los, da, guck, die lohnt, da geht's los. Ja, den können wir aber jetzt zahlen. So, und als nächstes Mal müssen wir schon 77 zahlen. Ich will mal mehr. Okay, aber wir haben jetzt jetzt erst mal bezahlt. Jetzt haben wir jetzt mal sechs Tage Ruhe. Wir müssen ja schließlich auch den Laden erweitern. Oh, der hat zumindest was gefunden. Ja. Ah, immerhin hat er andere Sachen gekauft. Wolle und so, ja. Aber die Schocken haben wir immer noch nicht, Mensch. Das ist ein schlimmer Moment. Kann ich aber auch aktuell, ich weiß nicht genau, wie man an Skillpunkte kommt, nicht freischalten. Kartoffeln, wie viele Kartoffeln haben wir denn noch? Ah, Kartoffeln haben wir ja noch keine Leute, die werden wir nicht kaufen. Holz, Holz haben wir noch nicht so viel. Hemden, Hemden werden wichtig. Die sind auch gerade schön billig. Ein paar Hemden mit. Zumindest fünf Stück. Jo. Wunderbar. Hemden werden ja immer gekauft. Hemden laufen immer. Hier, der kauft Wolle. Wunderbar. Oh, Kamille und so auch. Äppel haben wir immer noch nicht. Doch, Äppel haben wir. Sehr schön. Du hast Lappenstufe 10 erreicht. Auf Stufe 10 erhältst du einen Fertigkeitspunkt. Du kannst deine Fertigkeitspunkte... Alles klar. Jetzt Anpflanzballer wenden. So, wo war die mal? Ist das der hier? Küchengurten? So, ich kann nur den Küchengurten. Ist noch nicht frei, ne? Gut, der Küchengurten. Den werden wir jetzt definitiv machen. Bist du sicher, dass du den Küchengurten entsperren möchtest? Ja, da bin ich mir sicher. Boston 25, Aktivität 10. Nur außen erlaubt. Also gibt es doch Sachen für außen. Ey, den kümmern wir uns gleich mal um den Küchengarten. So weit der Tafu-Boy ist. Wir müssen ja hier auch noch ein bisschen was tun, ne? Wir haben kein Eisen. Abflug. Oh, der hat was gefunden. Sehr schön. Gute Eisen, aber er hat auch ein Hemd gekauft. Siehste mal. Siehste mal. Bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht, weil ich kann selber nicht rauslaufen. Nein. Kümmern wir uns gleich drum. Kamille haben wir nicht mehr. Aua. Eins hat den Mann an. Bulle haben wir auch nicht mehr. Bulls haben wir zumindest noch. Hier logen die Hemden. Sehr schön. Und Kartoffries gehen wir auch wieder drin packen. Gut, dann packen wir hier erstmal Nägel hin. Ich muss gleich mal gucken. Ich will jetzt mich auch mal kurz wegen dem Küchengarten. Wollen wir denn hier? Hier. Ja, die Frage ist, wenn ich den jetzt hier außen hinsetze, wie komme ich denn da ran zum Ernten? Eine gute Frage, ne? Die schließe erst. Kann ich durch die Wand ernten, oder was? Das sieht zwar aus. So, wir haben auch die Schockensamen drei Stück und wir haben Kartoffelsamen zwei Stück. Und so, wir hauen da erstmal die eine Schocken rauf, oder? Dafür können zwei Samen anfassen, oder? Ah. Okay. War es dort jetzt, oder? Wirkt das jetzt so, oder? Nö, so wirkst das nicht. Gut. Aufdrücken, ne? Hier vielleicht? Ah. Wahrscheinlich die Tage, die es braucht, ne? Ich bin mal gespannt. Jo, gut. Ich muss trotzdem einmal guckigen. Was fehlt uns hier jetzt? Ähm, gut. Milien-Samen, Nägel haben wir auch nicht mehr so viel. Ah, mal guckigen, mal guckigen. Das ist immer so teuer hier. Lavendel, Kartoffeln. Kartoffeln haben wir noch genug. Der Rest ist alles übelst teuer, ne? Oh, gut. Wir probieren mal Lavendel. Wir haben ja nun nicht allzu viel davon. Jetzt nehmen wir mal 30 Stück mit. Aufgabe erledigt. Hamsterer. Haue nicht schlecht. So, hauen wir rauf da. Hier ist da auch mal was anderes. Dann können wir den Lawn gleich wieder öffnen. Gucken wir mal, ob es die Kartoffeln anders da wechseln. Vermute mal, das sind die Tage. Die machen wir nicht so sicher. Auf jeden Fall kann man durch die Wand ernten. Okay. Eben bin ich mal gespannt. Ich hoffe, da kaufen ein paar Leute, bevor die Händler kommen. Wir haben nicht wirklich Geld für den Händler. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Lagerplatz und Geld und Deku. Das haben wir immer noch nicht. Die wachsen. Die wachsen, Mensch. Aber wohl haben wir auch nicht mehr. War zumindest ein Hap gekauft. Siehste mal. Da kommen auch schon die Händler. Oh, Moment. Kohle haben wir nicht. Kartoffelsamen, Kartoffelsamen. Ja gut, wir nehmen ein bisschen Kohle mit. Wir nehmen ein mieses Kohle mit. Ich meine, wir können uns eh nicht viel leisten. Oh, das geht noch. Sehr schön. So, ich hoffe, wir kriegen noch mal ein paar mehr Kunden, oder? Die haben wir leider nicht mehr. Die haben wir aus dem Sortiment genommen. Dafür haben wir jetzt wunderschöne Lavendel. Der riecht sehr schön. Kannst du gerne kaufen. Der wurde mit Liebe herangezüchtet. Oh, kein Eisenbahn. Oh, die kauft mal was. So geht das nicht. Wir sind auf jeden Fall Tag 21 Frühling. Ich glaube, das hat echt was mit der Jahreszeit zu tun. Haben wir auch nicht. Zumindest hat sie Lavendel gekauft. Okay. Aber da haben wir halt so gut wie, glaube ich, noch alles auf Vorrat, oder? Ich hole wie es. Mal gucken, ob das so geht. Nachbestehen können wir nicht wirklich was. Lavendel haben wir jedenfalls noch. Nägel liegen ja eh noch. Ämten haben wir aber auch noch genug. So ist es nicht. Genau so wie Nägel. Nachbestehen brauchen wir nichts. Ein... Und deswegen sind auch eine Menge Lebensmittel günstiger. Kunden kommen, um frisches Braut zu kaufen. Ich habe aber kein frisches Braut. Also, ich habe auch kein Geld für frisches Braut. Also müssen sie warten. Komm her, ich brauche Money. Kein Eisenmensch. Die wollen halt Eisen. Weiß ich, ob man später irgendwie selber ein Mini machen kann, oder so. Das werden wir sehen. Da kommt die Händler wieder. Kein Platz für Händler. Wole, Wole. Ja, Wole habe ich. Wole kann auch haben. Hufeisen. Wir haben keine Hufeisen. Haben wir auch einen Nägel gekauft. Sehr schön. Was hast du denn? Lavendel haben wir auch nicht erstmal genug. Ne, Lavendel haben wir definitiv genug. Hulz. Hulz haben wir gar nicht mehr. Hier, wo wir schon Hulz mit. Das ist gerade sehr günstig. Sehr schön. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Antischrocken haben wir immer noch nicht. Die wachsen, mein Freund. Die wachsen. Sieht so aus, als muss es gekostet werden. Wie hieß ich das denn? Einfach aufklicken. Okay. Ebel, haben wir nicht. Aber immerhin hat er Hemd und Lavendel gekauft. Nägel müssen wir noch haben. Jo. Okay, das war schon mal ein bisschen mehr. Es läuft halt nicht jeder Tag gut. Okay. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Immerhin, immerhin. Ja, haben wir ein bisschen Gewinn gemacht. Boah, an drei Tagen muss ich wieder Schulden mitzuholen. Du, ma, du, ma. Lavendel kommt gleich wieder rein. Hälp, Chips. Ist nicht gut. Kommt mal hier. Nägel haben wir nicht mehr. Wo haben wir hier? Hulz haben wir definitiv wieder. Sogar günstig erstäugert. Hälp haben wir auch noch. Oh, und da liegen Kartoffkis. Wie viele Kartoffkis haben wir auch noch genug? Gut, Nägel kriege ich jetzt aber auch nicht auf die Schnelle, weil ich halt... Ne, nur Kartoffeln und Lavendel sind billig. Eisen ist auch gerade zu teuer. Jo, die Frage ist noch, ob ich dafür los werde, für den Preuß, ne? Hm. Dann zur Zeit aber auch nur die vier Wachen anbieten, wenn ich nichts bestelle, oder? Mä? Ich könnte wohl die reinpacken. Jo, den machen wir dann erstmal. Besser als nix. So, laden wir da auf, weil ich kann jetzt nix großartig ausgucken. Ich muss Schulden bezahlen. Das geht nicht anders. Dafür kann ich nix. Oh, warte mal. Siehst du, Kartoffeln haben wir wieder geentet. Den brauche ich dir zumindest nicht kaufen. Dann hauen wir gleich mal wieder Kartoffeln rauf. Wunderbar. So, Eisen haben wir immer noch nicht. Immerhin Lavendel gekauft. Eisen haben wir immer noch nicht. Hab auch ein Hemd gekauft. Die wir sowieso hemd. Sehr schön. Ah, die Schurken haben wir auch noch nicht, mein Freund. Die wachsen noch. Aber Holz gekauft. Händler ist auch wieder da. Ui, ja, ui. Hier, Nägelgräude, sehr günstig. Die nägeln wir mal mit. Ein paar Stück zumindest. Wunderbar. Die haben wir leider nicht gerade. Ui, jetzt kommen auch mal mehr Kunden. Holz haben wir. Bitte sehr. Jo, Hempen. Hempen. Bitte. Noch mehr Hempen. Jo. Jo, das hat sich auch mal richtig gelohnt. Die haben wir leider nicht mehr, mein Freund. Oh, da kommen ja mal richtig dick Kunden, du. Die haben wir immer noch nicht. Okay. Äppel haben wir auch nicht. Verdreue ich mal andere Sachen kaufen, Löde. Aber egal. Ich will nicht mehr gern. Dort gab es heute gut gewinnen. Immerhin Wohle. Hempen sie, glaube ich, alle, ne? Okay. Ich wünsche euch, das hat sich gelohnt. Schulden können wir definitiv bezahlen. Ja, ja, ja. Mal mehr gießen. Jo. So, warte mal. Alles legekauf hier, du. Gewendel haben wir aber noch. Kartoffeln haben wir jetzt jede Menge. Die pflanzen wir ja jetzt an, Gott sei Dank. Verpacken wir mal wieder die Wohle drin. Ja, hatten wir Holz, das haben wir auch noch. Hempen muss ich gleich mal googeln. Ja, guck mal hier. Die Frage ist eigentlich, ähm, kriege ich eigentlich wieder neue Samen raus? Ich glaube, es besteht eine Chance, ne? Aber ich würde zwischendurch auch mal neue Samen kaufen müssen, oder? Wohl, irgendwie werden wir auch eine Samen weniger. Das sind die Sachen, die man anpflanzen kann. Ich glaube, es besteht eine Chance, dass Samen rauskommen, ne? Aber wen wir sehen, wen wir sehen. Auf jeden Fall muss ich mal kurz, wir haben ja ein bisschen Geld, nach Hemden gucken. Nee, Hemden, naja, gut, ja gut. Sind teuer, aber vielleicht mache ich ja noch ein bisschen Gewinn mit. Mal fünf Stück mit, wir können ja aber noch die Schulden bezahlen, so ist es nicht. Oh, Hemden müssen doch wieder hinten, das geht nicht anders. Hinten werden immer gut gekauft. Sehr schön. Die machen wir mal wieder auf. Messe, eine Messe von der Nähe schon. Das geschäftige Treiben lockt Menschen auf der Suche nach Angeboten von nah und fern an. Das ist sehr schön. Oh, fertig ist auch nichts. Mein. Gut, gut, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, erst mal Kartoffeln genug. Wollen wir ein bisschen was auf Vorrat? Sehr schön. Artischocken wachsen noch, wie soll ich das noch sagen, Leute? Ich schreibe das schon draußen an die Tür, wenn es Artischocken gibt. Ich will sie heute nicht kaufen, die sind zu teuer. Das ist aber auch nicht. Immerhin Holz gekauft. Immerhin, die Händler ist auch wieder da. Es gibt immer noch keine Artischocken. Was hast du in diesem Moment wieder rein? Artischocken, Samen, die sind mir zu teuer. Promillesamen? Nee. Boah, Wendel. Eisen ist günstig. Mal kurz was googeln. Boah, Eisen könnte man mal zuschlagen. Das ist günstig. Hat hier eh nicht viel davon. Wunderbar. Dann konnte ich doch mal mit ein paar Nägeln machen. Wie sieht es hier aus? Oh, du sollst doch nicht mal Eisen kaufen mit. Oh, gut. Da hat er immerhin noch Kartoffeln mitgenommen. Sehr schön. Tabel haben wir immer noch nicht. Schulden kann ich auf jeden Fall bezahlen. Das ist doch schon mal schön. Schon wieder Eisen. Das war es mit meinem Eisen. Ja. Die sind echt alle scharfer auf Eisen hier, ne? Schau, nicht werfen sie es eben in einen Kopf oder so. Wer weiß, der weiß. Schulden können wir mal so locker bezahlen. Das ist doch schon mal was. Ja. So, Kartoffeln sind wieder fertig. Die waren auch fertig. Wunderbar. Ah, komm mal ab und zu echt mal Samen raus. So ein Kartoffelsaum rein. Wieder so eine Art Schokensamen rein. Gleich wieder anpflänzen. Gut. Du bist überlastet. Ja, das mag ich. Das ist mag ich. Okay. Wo war die Mauer? Brauchen wir erstmal Holz rinnen? Haben wir gleich alles wieder. Lavendel, das liegt ja alles noch. Kartoffeln haben wir noch jede Menge. Sehr schön. Wir haben jetzt aber auch Artischocken. Sogar eine mit guter Qualität, oder wie? So, warte mal. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Geld über, ne? Ich will mal einmal kurz noch so einen Verkaufstisch kaufen. Mit zumindest schon mal sechs Sachen, die wir anbieten können. So. Ja, jetzt mal das Menü schließen. Da poppen wir jetzt die Artischocken rauf. Sehr schön. Und immer noch überlastet. Ja, aber ein neues Lager kann ich aktuell nicht kaufen. Das geht nicht. Gut, die müssen erstmal wachsen. Gut, die machen wir erstmal wieder auf. Raufengutig. So, Schulden fünfmal von 20 getilbt. Ja, müsste ich leisten können, ne? Jo. So, jetzt. Sehr schön. Das nächste Mal, wenn schon 91. Ich glaube, wir kriegen gleich wieder ein bisschen Platz im Lager. Olli ist kein Problem. Pröver gibt es hier jetzt ordentlich Schocken. Er will äusen. Na gut, ein bisschen haben wir. Ich wollte doch Nägel draus machen. Na ja. Gut, gut. Kunden kommen gut. Sehr schön. Ja, ich sehe ihn. Haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber immerhin noch ein paar Kartoffeln und Lavendel gekauft. Eisen haben wir immer noch nicht. Eisen haben wir immer noch nicht. Okay. So, aber immerhin. 100 Wochen haben wir verkauft. Jetzt müssen wir 200 Wochen verkaufen. Weil hier ist was los. Ich kann leider nichts kaufen, mein Freund. Ich habe keinen Platz. Immerhin gab es ein bisschen Wolle. Sehr schön. Die haben wir immer noch nicht. Aber die kaufen zumindest viele andere Sachen. Das ist schön. Das ist schön. Oh, hier ist aber was los. Ah, die Schocken. Ja, die Kissen. Oh, okay. Oh, den gucke ich mal. Der hat ja eh nicht viel, ne? Na gut, denn hier. Nimm mir die Wolle. Man, wir können eh nur einkaufen. Nimm mir denn auch eine Wolle mit. Sehr schön. Eisen haben wir nicht, mein Freund. Haben wir immer noch nicht. Ey, 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 holz. Yo, holz, grüßt du. Ebel haben wir leider nicht. Wir können ruhig auch mal andere Sachen mitnehmen, ne? Okay. Hemden haben wir. Bitte sehr, bitte sehr. Oh, das war ja auch heute mal ein großer Einkauf, du. Sehr schön. Lavendel. Kannst gerne haben. Hufweisen haben wir leider nicht. Nein. Aber immerhin, immerhin. Trotz Zahlung der Schulden wieder 110. Das ist aber schön. Das freut mich. Das hat sich jetzt eh mal gelohnt. Da muss ich gleich mal gucken. Hier. Jo. Muss ich auch mal gießen. Ja. So, Lavendel. Haben wir noch einen? Sehr schön. Wolle. Guck mal rein. Sehr schön. Holz haben wir nicht mehr. Müssen wir gleich mal gucken. Kleidung haben wir noch. Sehr schön. Da darfst du aber noch jede Menge. Und Artischoten haben wir auch noch. Yep. Eigentlich fehlt nur. Lager ist auch so gut. Na ja, gut. Holz, ne? Wir haben auch kein Eisen mehr, oder? Nein. Hufweisen kann ich auch herstellen. Da braucht Holz und Eisen. Ich glaube, die Sachen kann man echt nur kaufen, ne? Aber gut. Können wir mal später drum? Ich muss ja mal gucken, ob ich Holz kriege. Oh, das ist so teuer. Ich will immer ungern diese... Da darf ich es glaube ich nicht. Ich kann es selber anbauen. Teuer hier, ne? Okay. Ja, aber Holz... Holz brauchen wir. Aber Holz ist echt teuer. Habe ich denn noch irgendwas anderes, was ich statt Thesen von Holz reinlegen kann? Können wir nicht, ne? Haben wir Wohle auf dem Tisch liegen? Nein. Aber die Nägel haben wir nicht liegen. Dann packen wir die Nägel hin. Jo. Dann passt das. Gut. Wir kommen hier schon voran. Wir wollen jetzt langsam, langsam. Aber gilt wird mir. Denn wir sind wir froh, aber trotzdem erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Mal sehen, ob wir jetzt wirklich mal so langsam die Bude vergrößern können. Bis morgen. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi. Musik 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 Musik